So, 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 hallo, hallo und willkommen zurück zu Let's Play Deadly Creatures. Ja, im letzten Part haben wir uns mit Tara, ähm, durch dieses Kapitel hier geprügelt und wir haben gesehen, wie der eine Typ den anderen Typ einfach mal mit der Schaufel über die Rübe gezogen hat. Ja, warum nicht, ne? Nicht wahr? Kann man machen. So, und wir kämpfen uns jetzt hier weiter durch dieses wieder mal absolut verwirrende Level. Warum nicht, ne? Nicht wahr? Ja, ähm, muss ich denn jetzt schon hier lang? Boah, Alter, verwirre ich mich doch nicht noch mehr. Oh Gott, Hilfe. Ähm, ich weiß nicht genau, was das Spiel zu mir will. Soll ich da runter oder was? Hä? Ach, da, da ist das, spinnet sich's jetzt. Jetzt seh ich's erst. Mein Gott. So, da. Jawoll, passt. So. Wo sind die Gegner? Ich wusste doch da. Zwei Stück von euch. Na, wunderschön. Mmh. Oh, das wird schön. Das wird schön, Leute. Das wird schön. Da freu ich mich ja jetzt schon wieder drauf. Wupp. Ja, genau. Tötet euch am besten gegenseitig. Das find ich gut. Au. Hör auf mit deinem Scheiß hier. Das tut doch weh. Hör auf mit deinem Scheiß hier. So, na. So, jetzt mach ich mal den Giftangriff. Bäääbs. Bääbbs. Ja. Genau. Ist logisch. Steb. Alter. Ihr wollt mich doch verarschen, oder? Zack. Bääbbs. Zack. Ja, hallo. Stiffst du jetzt mal? Bam. Kollege? Sterben ist nicht so deins, ne? Bam. Geh kaputt. Verdammt nochmal. Alter. Heiei, heiei So Jetzt kommst du wieder, Kollege Der sieht mich nicht, das finde ich gut Und BÄM Pam, Pam Pam, Pam Zack Geh kaputt Hallo Viel Ähm, das hat sich wieder mal aufgeglitscht, das finde ich super Wups Hehehe Wow, das war elegant gelöst muss ich muss ich ja mich mal selbst loben zwei vier hier auf einmal gilt dabei gerade mal ein fünf von meiner leiste verloren super das war toll und da oben ist wieder der bade ja die kann ich gebrauchen weil ein bisschen gesundheit geben ja die maden bis daher ist da ja alle mit rein geht es sieht nur so aus okay gar nicht verwirrt die wieder mal gott jetzt schon fünf solche typisch okay ihr wollt alle stress das könnt ihr haben zack und bämm wow multi treffer jetzt geht die aber ab so zack und bämm pamm los ich vernicht euch allesamt ihr habt keine chance so zack au 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 alle wieviel kommen da noch das sind jetzt schon sieben oder wieviel zack bämms die spinnengang lauert uns auf aber das ist kein problem für unsere unsere tara denke ich mal nimm den mund nicht zu voll her leid mir das kennen wir nämlich da ihre fehlerei dann haben oh gott mhm es geht schon los hallo können jetzt mal paar sterben wenn ich super von euch zack und das fressen ne das versau ich immer war ich zu spät alter wieviel kommen da noch ist ja in ordnung eine gang ey lasst mich doch mal ruhe ihr viecher man ihr richtig oh alter ist ja in ordnung ja ist ja gut wow hu 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 ich schaff euch ich schaff euch ich schaff euch ich schaff euch nam 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 aah geht sterben hu 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 alter war das krass ich brauch ne gesundheit verdammte achst ey alter war das krass pfff alle wenn hier nicht irgendwo ne gesundheit ist ne dann dann boah alle war das jetzt krass war das jetzt krass ich weiß gar nicht wieviel gegner das waren es waren sieben stück oder neun oder keine ahnung auf jeden fall ne menge wow das war interessant so wenn jetzt die ball nicht gesundheit ist geh ich wieder sterben so da muss ich runter gesundheit vielleicht irgendwo ne doch da 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 ist die gesundheit kommst du her 10 von 17 ui cool das heißt nicht mal mehr so viel fehlen da ne so ich muss da hoch aber natürlich erstmal alles mitnehmen so den pillen dreher nehmen wir auch mit geh weg geh weg so dankeschön noch ne gesundheit ja warum nicht ähm wo geht's denn jetzt schon wieder lang ich soll irgendwo hoch aber wo wo hä ist auf jeden fall speicherpunkt das finde ich gut so und dann wo muss ich lang nach oben ich komme ich denn nach oben ahahaha ok termin nein geht weg geht weg von mir so ich möchte hier aber keine maten unbedingt auslassen ne aber ich glaube ich habe alles wenn nicht ist mir auch egal relativ eigentlich wenn ich so drüber nachdenke so jetzt da war eine made genau die habe ich gesehen so und dann äh berp derp 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 wo sind wir hier eigentlich ach wir sind auf dem laster ha ihr seht mich nicht nein 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 ihr seht mich nö ihr seht mich alle nicht ne ist quatsch hei hei ha 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 geht alle weg von mir boah geht alle weg von mir alter jetzt hier oben im battle oder was ok das könnt ihr haben das könnt ihr haben zack nicht getroffen das war gut so wo kann ich hier schön kämpfen die mate hebe ich mir auf hei na komm her kommst du her alter warum kann ich jetzt hier nicht springen ha voll aus der luft erwisch und zack jetzt schleue ich volles brett weg ja wir haben natürlich im letzten part ähm angriffskraft erhöht bekommen das heißt wir sind wieder ein bisschen stärker geworden wow das war ein stutzflug nein ich wollte die mate eigentlich nicht aufsammeln ja das war gut und wie auch immer das das wird zuizid begangen ok kommst du her hallo vieh komm her vieh komm her verdammt du stippst jetzt ab du ekelhaftes alter sind mir inzwischen stark wow äh hee hee habt ihr grad die kukongs gesehen das will mir gar nicht gefallen mhm ich soll da auch noch rein oh ne ist doch jetzt nicht wahr oder ich will da nicht rein ich will da nicht rein wo das denn das kukongs ach da ist ein spinnen ein spinnenposter schön so aber hier bin ich anscheinend an der wand weil ich hier nicht springen kann ich hab dir gesagt was kommt ah da muss ich hier hoch ok und hochschumpen jay wo muss ich jetzt schon wieder lang bist du überhaupt nicht verwirrten oder nee quatsch ich muss da rüber irgendwie komm ich da ah da komm ich so hin wupp ok das war cool mal wo bin ich jetzt hier schon wieder oh dieses spiel es ist echt so verwirrend das ist der wahnsinn so ich muss auf jeden Fall hier hoch zack so wo muss ich noch weiter alter mein gott es geht echt schon wieder los das ist eine brutale als wenn die den pfeil hier nicht äh eingebaut hätten da hätte ich ein paar stunden gesucht wie es weiter geht wahrscheinlich da komm ich nicht hin hä what what the fuck mhm ok wo muss ich denn dann hin komm ich kann von da rüber vielleicht ach von da komm ich rüber aber von da drüben nicht mhm mhm ist klar ne leute äh komm her ich seh dich doch du ekelhaftes Vieh so die Gegnertypen hatten wir ja schon mal ich weiß damit nicht mit Scorpio oder mit Tara wir sind inzwischen ja kein Problem mehr ne weil wir sind inzwischen so ähm total gemakst von unseren Werten doch fressen euch schon wie er versaut tch au jetzt spuckt er mich an alter hörst du auf dein Rohr zieh so wupp das kann ich auch wupp ich treff aber nicht weil ich dumm bin so dich getroffen und zack au alter du willst spucktuell gut das kannst du haben zack und bäm tot und verderben hu so wo muss ich weiter 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 da oben ähm okay geh einfach mal hier lang hier lang und dann muss ich mich hier wieder irgendwo hin junglen und wo ach da drüben alter ohne den Pfeil ne ich wär echt aufgeschmissen oder was haltet ihr davon ist doch ne gute ähm Hilfestellung finde ich jetzt mal so weil er sagt wer soll sich auskennen wo man hier schon war und wo nicht und ja ach ja ganz viele Netzsprünge sind ganz viel und ich soll erstmal darüber quasi und so wupp dann soll ich darüber wupp und dann soll ich nein dann soll ich darüber oder war doch richtig sieht richtig aus jawohl passt so ähm mein Gott jetzt wird es hier schon wieder total dunkel Fortschritt speichern ja warum nicht lieb dumm 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 ähm ähm äh äh einfach mal hier lang ist das richtig ja das ist richtig finde ich super hallo gesundheit Ladevorgang ähm da ist eine Marde ne nehme ich natürlich mit weil warum auch nicht ne und so ähm ja das sieht aus wie eine Arena hier Oh Gott. Oh Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Geh weg von mir. Geh weg von mir, du Vieh. Was willst du von mir? Grüne und braune Gottesanbeterin. Okay. Au. Ja, jetzt ist ja gut. Alter, jetzt greif doch mal an, Tara. Was willst du von mir? So, Gift aufladen und... Zack. In your face. Zack. Jawohl, passt. Sprungangriff. Zack. Und wegschleudern. An diese ekelhaften Viecher. Nom 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 nom. Ich versau immer zu das Fressen, ne? Das ist schlimm. Von was wurde ich jetzt getroffen? Egal. Wir kommen langsam manchmal so froh, als ob die Steuerung voll wirr ist. Aber egal. Kennt man ja von der Vieh, ne? Ja, jetzt gehst du weg von mir, du ekelhaftes Vieh, Mann. So. Zack. Geht sie weg von mir, du. Was bist du für ein Vieh, Alter? Du riechst mich auf. Ich kann nicht echt nur mit den Schwungangriffen richtig bearbeiten. 200 schon. Ach, Moment. War das hier dieses... Wie hieß es? Dieses Vieh ganz zum Schluss? Natürlich. Das war ein Speerfangstreckenkrebs. Ah. Deswegen war das Vieh so stark. Ich versteuere. Versteuere fallen. Ich höre hier wie schon wieder so, 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 so Pillen-Dreher. Aber wo sind die? Aber wo muss ich hin? Da runter. Errp-derp-derp-derp-derp. Erp-derp. Wo sind wir denn hier schon wieder? Norm. Ich sehe schon wieder Ratten. Das gefällt mir schon wieder gar nicht. Sag mal. Da kann ich da nicht drüberspringen. Lass mich verarschen. Da. Hallo. Nö, da kann ich anscheinend nicht drüberspringen. Das ist keine Made. Du bist Gesundheit. Ich hebe mich mal auf. Hallo. Da ist der Pillen-Dreher. Ich habe dich gefunden. Norms. Noch irgendwo? Nö. Ähm. Ja. Wo geht's hin? Hier schon. Alter, fühl mich doch nicht so. Ähm. Ladevorgang. Mein Gott. Dieses Spiel ist leider. aber auch echt oft. Aber das ist ja auch ein recht altes Spiel. Ratten. Mhm. Na, dann kommt mal her. Meine Hübschen. Und. Ja. Natürlich waren sie außer... Oh. Alter. Jetzt gibt's Stress. Jetzt gibt's Stress. Jetzt habt ihr es mit mir. Fisch. Das sind die ekelhaften Viecher. Jetzt gibt's sowas von... Auf die Kauleiste. Alter. Ihr kriegt jetzt sowas von in die Fresse. Na, das glaubt ihr gar nicht. Zack. Und. Pam. Und. Bams. Nom, nom, nom. Nicht. Wieder versauen. Boah, alter. Das greifen wir dann auch so komisch an, ne? Da hast du ja keine Chance. Zack. Und Bäm. Und Bäm. Zack. Und Pam. Komm her. Na? Ja, genau. Stürz dich in den Tod. Haha. Und eine Albino-Rade gleich in der. Ja. Wow, wow, wow. Und noch Spinnen. Alter, was geht denn ab? Ist in Ordnung. Davor sind sie vor... Äh. Eine einzelne Rade abgehauen. Vor einer Albino-Rade haben sie keine... Keine Angst oder was? Dann formieren sie sich gleich wieder zu einer Gang. Und ich bin gespannt, ob ich das überhaupt schaffe. Ehrlich gesagt. Oh Gott, ich hab Angst. Ich hab Angst. Ich hab Angst. Ich sterbe. Ich sterbe. Jawohl, das find ich gut. Nicht. So, geh kaputt. Geh kaputt. Au. Alter, ihr... Viecher, ihr regt mich auf. Komm, geh kaputt, Mann. Geh kaputt, sag dich. So, komm her. Na, Rade. Jetzt sind nur noch du und ich übrig. Na gut. Er holt sich wieder. Verstärkung. Zack und bäms. Geh tot. Alter. Alter. Da oben hab ich ne Gesundheit gesehen. Das find ich gut. Maximale Gesundheit wurde erhöht. Wow, schön. Alter. Wow. Gut, aber Freunde. Ich würd sagen, nach diesem harten Kampf fahr ich mir erstmal ne kurze Pause verdienen und für euch heißt es dann Leute, das war Let's Play Deadly Creatures für heute und ich würd mal sagen, man sieht sich dann im nächsten Part wieder. Also dann, bis dann. Ciao, Leute.